MAKERTON ist ein Format, wo man in kurzer Zeit interdisziplinär an neuen Themen arbeitet und experimentiert, Ideen verwirft. Das ist der Innovationsprozess. Man verwirft Ideen und entwickelt wieder neue und lernt aus bestimmten Prozessen, die ganz kurzfristig laufen. Interdisziplinär heißt unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven werden zusammengeführt. Wir haben die erste Idee, die Materialien in die Form zu verändern, um die Kinetik zu verändern, um die Kinetik zu verändern und um andere Effekte zu kontrollieren. Man sieht es hier, mit diesem Kube, wo wir den Kube verbinden, in eine bestimmte Richtung und die Materialien nicht verbinden würde in diese Richtung.